Die Sommervorbereitung des FC Hansa Rostock wird euch präsentiert von Schneider & Co. Klemmtnerei, Sanitär, Gas und Heizung. Bis jetzt ist alles sehr gut gelaufen und ich bin sehr zufrieden. Die Bedingungen sind top, Wetter, die Jungs ziehen richtig mit. Das heißt, ich kann hoch zufrieden sein. Bis jetzt, was wir trainieren wollten, haben wir das auch umgesetzt. Ich hoffe bis zum letzten Tag, dass wir verletzungsfrei bleiben und dass wir jetzt auch diese zweite Etappe von der Vorbereitung sauber durchziehen. Was ist denn wichtig, wenn man jetzt daran denkt, Belastungen, wie steuert man das? Und wie würdest du den allgemeinen Fitnesszustand der Mannschaft einschätzen? Aktuell sind natürlich die Beine ein bisschen schwer bei den Spielern, muss man auch sagen. Gestern der eigentlich regenerative Tag war schon anstrengend mit dem Lauf morgens und der etwas längeren Fahrradtour. Da fahren die Beine heute Morgen schwer, aber im allgemeinen guter Fitnesszustand. Von allen heute noch ein paar Lauf-Einheiten mit eingestreut ins Vormittagstraining. Jetzt am Nachmittag eine Spielform. Ja, wir sind auf einem guten Weg. Wie gut tut denn so eine Abkühlung in der Oste? Ich habe gesehen, du bist heute Mittag auch als mit Erster da reingesprungen. Ja, war super erfrischend. Zu Beginn ein bisschen kühl, aber sobald man drin ist, bei dem Wetter hervorragend. Heute Nachmittag hieß es dann wieder Belastung für dich. Du hast mit Dirk Olleshausen eben Tennis gespielt. Erste Frage, wichtigste Frage, wer hat gewonnen und wie ist dein Fitnesszustand beim Tennis? Dirk hat gewonnen an Erfahrung vor allen Dingen. Ja, Fitnesszustand, ich musste erstmal wieder reinkommen. Der erste Satz war ein bisschen schwierig vom Timing, die Bälle nicht richtig getroffen. Zweiter und dritter Satz war dann völlig in Ordnung. Samstag geht es dann mit Pabel weiter. Dirk Olleshausen, dein erstes Trainingslager als Torwarttrainer. Was ist anders als als Spieler? Ja klar, ich muss mehr coachen. Ich coache meine Jungs. Natürlich ist es so, dass ich jetzt auch noch vieles mitmache, die Einheiten auch mitgestalte und selber trainiere. Aber im Großen und Ganzen trainiere ich meine beiden Jungs, die jetzt noch hier sind und bereite sie auf die neue Saison vor. Wie ist dein erster Eindruck von Gelios und von PULS? Ja, sehr, sehr, sehr positiv. Philipp ist ja noch ein sehr, sehr junger Spieler. Da kann man und muss man noch viel arbeiten. Aber er ist sehr lernwillig, er ist sehr ehrgeizig. Er tut immer so, als wenn man ihn nicht klein kriegt. Aber ich glaube, das habe ich schon. Janis ist ein sehr, sehr selbstbewusster Torhüter, der auch trotz der wenigen Spiel, die er gemacht hat, eine große Sicherheit ausstrahlt, eine Fangsicherheit. Er ist sehr gut mit dem Fuß. Und jetzt geht es halt bei ihm, ist dann Hauptaugenmerk, dass er Spielpraxis bekommt und dass er sich mit den Vorderleuten einspielt. Wie schwer wiegt der Ausfall von Erik Gründemann und inwieweit wirst du vielleicht auch eingebunden in Personalentscheidungen, was den Neuzugang angeht? Ja, also sicherlich haben wir uns schon zusammengesetzt, was getan werden sollte, was man machen kann, was wir für Vorstellungen haben. Da wird natürlich jeder mit einbezogen. Aber das sind dann mehr oder weniger nur Tipps von mir. Klar, und der Ausfall ist natürlich sehr, sehr bitter, weil er sich letztlich auch gut entwickelt hat. Und jetzt halt so ein Nackenschlag, gerade im ersten Freundschaftsspiel in der Erwerbung, ist natürlich umso bitterer. Aber ich habe schon mit ihm gesprochen, ich bin mit ihm in Kontakt. Und er ist so stark, er ist auch vom Kopf her so stabil, dass er durch diese schwere Zeit durchgeht. Und wir ihn dann natürlich, wo es geht, wenn er Hilfe braucht, ihn nur unterstützen, dass er dann umso stärker wieder zurückkommt. Wie sind die Bedingungen? Sind wir alle glücklich? Was halten die Spieler vom Hotel? Und wie sind die Trainingsplätze in Barbe? Ja, ich glaube, ihr seht das ja selber, dass die Bedingungen hier optimal sind. Wir haben schönes Wetter, wir haben ein super Hotel, wir haben einen sehr guten Trainingsplatz. Und ich glaube, viel mehr kann man von einem Trainingslager nicht verlangen. Und auch die Gegend bietet sich ja an für Fahrradturnen, oder? Ja, das war eine schöne Tour gestern. Und ich glaube, das hat den Spielern auch sehr viel Spaß gemacht. Sie haben ein bisschen was von der Insel gesehen, waren nebenbei noch aktiv, mussten sich auch ein bisschen anstrengen, die Berge hochzufahren. Und rundherum war das eine gelungene Aktion.